Beeindruckende Choreografien und Tänze bei der Dance Competition Bernau. Mit rund 1500 Teilnehmenden ist die Veranstaltung laut Organisatoren Deutschlands größtes Tanzfestival für Kinder und Jugendliche. Die Tanzgruppen kommen vor allem aus Brandenburg und Berlin, aber auch aus Bernaus polnischer Partnerstadt Skvierzena. Eine Jury bewertet die besten Tänze. Das Festival geht bis morgen Abend. Der Eintritt in der Erich-Wünsch-Halle ist frei.